Ja, servus Leute und damit ein herzliches Willkommen. Heute zocken wir einem Lauf in Call of Duty Black Ops 2. Und ja, ich bin mal gespannt, ne. Ich zocke dieses Spiel eigentlich nicht mehr aktiv. Und naja, ich glaube meine Zeit mit Call of Duty ist irgendwie doch ein bisschen vorbeigegangen jetzt. Aber naja, die Waffenspiele kann man immer zocken, wirklich immer. Oh, oh. Okay, dann schnappen wir uns erst den hier. Komm du Babo. Komm. Yeah, bah. Sehr schön. Gut, weiter geht's. Ich habe gerade eine Runde vorher gespielt. 10 zu 1 gewonnen. Ja, manchmal geht es. Aber es kommt auch immer stark auf die Meppern, denke ich mal, dabei. Okay. Und natürlich auch auf Geduld, ne. Und dass man nicht von allen Seiten direkt angegriffen wird. Ist natürlich auch ziemlich wichtig. Und hier wird es sogar schon problematisch. Hier sind so ein paar. Sehr schön, danke dir. Ja, sauber. Volltreffer. Gut, 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 gut. So gefällt es mir. So macht es doch wirklich sehr viel Spaß. Okay. Wir müssen uns konzentrieren. Der ist da oben. Ah, das ist jetzt natürlich ein Problem, wenn der da oben hockt. Ah. Okay, wir gehen erst mal weiter. Okay. Ich habe keine Lust, mich verarschen zu lassen von dem. Okay. Einer ist noch übrig. Oder mehr. Oh, oh. Kugel. Okay. Oh, oh. Oh, jetzt wird es. Oh, nee. Scheiße. Ich wusste, dass hinter mir auch einer ist. Okay. Letztes Leben, Leute. Es geht los. Ja. Gut. Wir haben gewonnen. Gefällt mir. War zwar keine gute Runde, muss ich wirklich dazu sagen. Es ist wirklich so. In der Regel gewinne ich die Waffenspiele oder einen im Lauf auf jeden Fall. Aber das war keine gute Runde. Nee. Also ich bin eigentlich erst zufrieden mit einem Lauf, wenn dort nur ein Kill steht. Ach, ein Death. Scheiße. Ein Death natürlich. 7 zu 2. Ist okay. Muss man aber nicht unbedingt haben. Ich weiß nicht. Ist nicht so mein Ding. Alles klar. Wir zocken jetzt natürlich dann noch eine Runde. Denn, ja. 2, 3 Minuten aufnehmen. Das ist nicht so cool. Deswegen zocken wir jetzt einfach noch eine Runde. Los geht's. Gut. Ich hoffe, wir bringen jetzt auch den Sieg nach Hause. Ich versuche jetzt ein paar Kills mehr zu machen. 8 Kills. Okay. Machen wir 8 Kills. Die Wette gilt. Okay. Schlag ein. Okay. Alles klar. Das gilt. Das gilt. Als Vertrag. Wenn ich verliere, dann... Nee. Auf so was lasse ich mich nicht ein. Lassen wir mal lieber. Okay. Wo lang laufen wir jetzt? Wir laufen nach rechts. Ja. Wir laufen eindeutig nach rechts. Gut. Alles klar. Ich muss auch oft auf die Karte gucken, damit ich mich auch wirklich drauf verlassen kann. Ui. Ui. Okay. Okay. Krasser Scheiß. Okay. Kurz warten. 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 Nein. Ja. Okay. Okay. Sehr schön. Okay. Den holen wir uns so. Können wir eine Kugel sparen. Hast keine Chance, mein Freund. Gut. Okay. Junge, Junge, Junge. Okay. Jetzt gehen wir einmal querfeldein. Jetzt befinden wir uns in der Mitte. Das ist nicht so gut, aber da vorne ist einer gewesen. Boah, was leckt denn das? Habt ihr das gesehen? Kann doch nicht sein. Au, au. Nein. Ha, ha, scheiße. Ich hoffe, ihr habt den Leck gerade gesehen, wo ich geschossen habe. Das war nicht cool. Nee. War überhaupt nicht cool. Das ist schon cooler. Sowas macht mich schon deutlich mehr an. Gut. Den haben wir auch. Okay, der letzte Spieler steht da hinten irgendwo. Nein. Leck. Ich hoffe, ihr habt es gesehen. Ohne Scheiße. Ich hoffe, ihr habt es gesehen. Ich bin noch im Spiel. Ich bin noch im Spiel, Leute. Ich bin noch im Spiel. Okay. Warten wir? Oder gehen wir echt in den Kampf rein? Okay, er steht da hinten. Okay. Jetzt habe ich Angst. Meine Schulter tut weh. Beim Wurf. Beim Skaten habe ich mir nämlich fast letztens die Schulter gebrochen. Es war sehr knapp gewesen. Ach, scheiße. Ja, diese Wucht, wenn man ausholt. Ich habe zwar mit links, glaube ich, geworfen. Aber trotzdem diese Wucht, die dabei entsteht, ist Hardcore. Okay. Acht Kills. Ich habe mich dran gehalten. Puh. Yeah. Magic. Kommentieren und bewerten nicht vergessen. Ihr seid die geilsten. Ciao, Leute. icanal dependents Call hysteria. Ciao, Leute. Okay. 25.